Achso, gut. Trotzdem schon gestartet. Dann sagen wir mal wieder, ein sehr entzückendes und lustiges HAU. Voll schlecht. Oh Mann ey, und da bin ich wieder total unkonzentriert. Oh Mann ey, du fährst denn hier die Scheißdinge ey. Ja, so ein Idiot. Ach du warst du, oder was? Nee. Du bist der Truppführer. Führe uns bitte. Dafür habe ich sogar noch Punkte bekommen für den Angriffsbefehl, ja. Wo siehst du? Und ein Bärchen. Runter zu D. Auch da sind ganz viele. Oh, was ist denn hier wieder los ey? Ach du Scheiße. Alter, oh, Gewehrgranate, alter. Kannst du wiederbeleben? Nee. Leider nicht. Leider nicht als Versorger, nee. Wurde schon wieder weggeholzt. Boah, was? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, war die Gas? Boah. Boah, du. Aber die Gasgranate hat noch gut, gut reingebollert. Ach du Scheiße ey, was ist... Oh, wiederbelebt, voll krass. Oh, gleich hier eine Haftmine hin. Oh, weg, weg, weg. Oh, Robert, ich gehe hier ab, alter. Multi-Kill, Junge. Ich mach mit. Ich mach mit, ich mach alle. Oh, sind alle schon tot. Nee, da sind noch lange nicht alle tot. So viel kann ich dir verraten. Rein, in die Ecke da. Scheiße ey, der hat mich wirklich neu gesehen. 60 hat der noch, krass. Ich glaube, ich nehme mal zu Hause mit. Ach ja, du ey. Nein. Nein. Ist der nicht gerade voll reingerannter? Ach, jetzt kommen sie von beiden Durchgängen, beiden Fluren. Cool. Ja. Und zu dir. Richtig cool. Yes, Feind getroffen, aber er hat noch überlebt, wie es aussieht. Wirf doch das Munitionspäckchen einfach mal irgendwann heute noch. Weck gesnipert wurde ich. Achtung, bleibt liegen. Sani, Sanitäter. Yonolito, bitte. Wurde oben gesnipert. Na super, tolle Idee hier. Was du Scheiße. Oh Gott, vielleicht von der Panzergranate durch die Luft gesprengt. Oh nein. Da, der war in dem Raum drin, du Assi. Spooky 321. Oh, das ist ein Scheißen. Der hat mich auch. Der hat mich auch. Mr. Spooky. Mr. oder Mrs. Spooky vielleicht sogar. Mrs. Miss. Mistress. Wo bist du denn? Panzer. Die sind hier oben drin, pass auf. Ich lebe gerade auf, hä. Ach, scheiße, fick dich doch. Rüber hier. Ich hab einen. Ja. Mich hat auch einer. Oh, Renegade Master. Ah, 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 ah. Ich bin gleich tot. Ich komm zu dir. Ich nehm mal einen Sunny rein. Wo bist du da? Hier, Munitionspäckchen. Hab ich. Hab ich. Oh, den hast du auch sehr gut. Oh, den hab ich nicht mehr. Wiederbelebung, Achtung. Oh ja, sehr gut. Hast du? Ach, du bist Versorger, sehr gut. Ich bin nicht Versorger, nee. Okay, irgendwo hat er eine Granate aufgenommen. Meiner, eine zweite. Vielleicht vom Gegnerischen. Das kannst du... Oh Gott, voll die Beine weggeschossen. Ach du Scheiße, ich brenne hier, Mann. Leg das da hin, das Päckchen. Oh, das die Branden-Leuchtgranate bedeutet. Die wissen, wo wir sind. Oh, ich bin tot, ich bin verbrannt. Ich komme. Wiederbelebung. Oh Gott, ich brenne wie eine Fackel. Er hört nicht auf zu brennen, Mann. Oh Gott. Oh, du brennst ja immer noch. Ja, ich brenne immer noch. Oh Gott. Schön am Brennen. Sonst sieht die noch gar nicht. Oh Gott. Oh, Panzerbüchse. Wiederbelebung. Jetzt habe ich jedenfalls so viel gehört zu brennen. Der feuert hier mit der Panzerbüchse rin. Oh, da kommt ein Panzer vorne direkt von der Haustür. Oh Gott, Gasgranate auch noch. Oh, wie überleben wir das eigentlich so lange? Um Gottes Willen. Wegen dir. Na ja. Oh Gott, David. Oh, ich bin vorne, aber das ist aussichtslos. Aber da sind nur zwei Leute. Ach so, da sind kein Problem. Nur drei. Da kommt in der Rinn. Vier. Fünf. Mann, David. Wo was? Nee, wann? Scheiße, dass du kein Dynamit oder sowas hättest, hätte man jetzt einfach legen müssen. Aber dann hätt ich gar nicht so lange durchgehalten mit dem. Ja, richtig. Genau, dann hättest du mich auch nicht wieder belegen können. Ganz genau. Werdet Ihnen nicht, dann werdet andere. Oder? Hätte man so, hätte man auch anders. Und ich musste natürlich genau nachladen in dem Moment und hab dann auch noch gezielt die Rotze, weil alle auf einmal gekommen sind wieder. Nehmen jetzt auch wieder den Versorger rein. So. Voll die Hallusgrad gehabt. Passiert. Das macht's. Passiert. Nein, ich bin tot. Ja, ich auch. Brownie Boy. Der Brownie Boy. Ah ja. So. Keine Sanität da hier. Wischt. Wo bist du denn hier? Wo bist du denn überhaupt? Überleg noch, wo ich hin hier. Ach. Ich bin tot. Ich bin tot. Wer? Wieso? Wiederbelebung. Bin versorger. Nein. Ausgerechnet jetzt. Scheiße. Oh Gott. Das schafft er niemals. Oh, du Scheiße. Kacke. Kacke, ey. Mann, wieso kriecht er denn da raus aus dem... Ach, das ist das Scheiße. Nur weil er aus diesem Bahnwaggon rauskriechen muss. Wenn er da drin liegen bleibt, sieht mich kein Schwein. Aber er muss natürlich da rauskriechen. Natürlich. So, dann die Täter. Toll, jetzt kommt er hinter mir, du Assi, ey. Super, Puppa. Läuft er hier richtig gut. Ja, hallo. Krass, ey. Oh Mann, ey. Wir müssen uns jetzt mal wieder auf die Ziele konzentrieren, ja. Ja, machen wir jetzt. Ja, genau. Jetzt mal C. Ja, einen langsam. Ich mach B gerade. Probiert zumindest. Ich glaube, ich scheitere mit meinem Vorhang. Ach, von hinten kommen sie auch schon. Die kommen ja schon hin, Robenmerze. Schön, dass wir vier Leute weniger sind. Ja, natürlich. Kein Wunder, dass wir hier verkacken wieder. Ich gehe jetzt zu E. Und da rennig dann weiter zu E. Okay. So, ich bin B. Probiert mal. Noch leben ein paar. C nehmen die auf jeden Fall gerade ein. Und B versuchen wir gerade mal einzunehmen. Das ist ja nicht so einfach. Ich gehe jetzt erstmal zu D. Probier da mal noch. So, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich den Panzer zerstört. Aber es saß keiner mehr drin. Aber das macht nichts. Oh, was war das denn, ey? Ach, da hocken die ja schon. Ich habe hier gar nicht mit gerechnet jetzt. Super. Nö, nö. Nö, 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 nö. Was ist denn bei A? Boah, was rennt denn hier so krass? Oh, er hat mich trotzdem noch getötet. Aber ich habe ihn auch getötet. Ich habe den in die Special-Class mit einer Pistole getötet. Du Sau. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Oh Gott, da kommt ein Panzer. Ja, er hat mich natürlich gesehen in seinem Panzer. Na ja, haben wir dann noch den Panzer beschädigt. Das war's mal wieder hier, du. Mann, wo kommt er denn her? Hure. Mann, wirf doch deine Muniz. Och, nee, ich hasse das, ey. Krass. Nee, nee, echt, ey. Boah, bei B ist ja die Welle los. Ist das euer Ernst? Dieser Otom. Ach, komm, ey. Oh. Hm. So. Unter Beschuss. Mann, das kann doch nicht sein, dass hier alle in der Ecke stehen. Mann, ist der beschottet. Also, der, also wirklich. Boah, das ist doch nicht dein Ernst da, krass. Also, im Moment kannst du ja stehen, wo du willst, da wirst du ja wieder überall. Ja, auf jeden Fall. Das ist gerade ein bisschen tricky hier, würde ich sagen. Ja, ziemlich tricky. Tricky. Wo bist du denn eigentlich? Ich kann bei dir schon wieder nicht spawnen, ey. War ein Panzer, bin jetzt raus. Oh, in dem Moment spawne ich natürlich beim Panzer. Geil. Kondo de Roots. So. Oh wohl, Spasti. Ah, da war er wieder. Rennen da um die Ecke. Oh, nee, hier ist doch tödlich. Oh, da kommt ein Panzer von uns. Da sind fünf Leute drin. Sieg das schon kommen, dass die alle tropieren gleich. Boah, Robert Multikill, alter. Oh, was? Hast du den Panzer zerstört? Trupp ausgelöscht. Oh, jawohl. Nee, den Panzer ich leider nicht zerstört. Ach nee, das war unser. Aber ich hab da oben. Dann können wir jetzt rein. Dann können wir jetzt den Punkt einnehmen hier. Ja, toll. Überlegt das? Ich lebe noch. Gut. Wo kommt er denn auf einmal her? Ja. Komm. Hier. Oh nein, oh nein. Die Suffbirne wieder. Der hat mich doch auch schon ein paar Mal erledigt. Oh, unser Panzerzug kommt jetzt. Ah, Gott sei Dank, ey. Jetzt machen wir kurz einen Prozess. Ach, f*** dich doch. Runter hier. Oh Gott, da kommt ein Gegner. Oh, ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Dann kannst du nirgendswohin rennen. Oh, wir sind sieben Leute weniger. Das ist ja fair. Das ist ja eine ganz faire Runde. Coole Balancing, ja. Auf jeden Fall. Das macht Spaß. Ich spawn mal an dem Zug. Das ist ja eh schon total beschissen hier alles. Boah. Achso. Voll der Supermensch schon wieder. Was er alles eingesteckt hat gerade. So, jetzt sterben Menschen hier. Jetzt müssen wir natürlich auch mal ordentlich zielen. Dann würde das doch klappen. Boah. Das ist Granade halt da. Oh ja. Alter, Mann. Leute. Warum fährt er denn jetzt rückwärts mit dem Zug? Was macht er denn? Jetzt fährt er zu A oder was? Ich meine, nachfährt der Zug automatisch. Dann kannst du ja nicht steuern. Doch, ich saß auch schon mal an dem drinnen. Echt? Kann man den steuern, ja? Ja, einer fährt dann, glaube ich, die Strecke ab. Mann. Tot getötet. Tot getötet. Töten, Toten, Töten, Toten. Ach, die Gottes willen. Scheiße, ey. Haben wir nur noch A jetzt, da. Oh, der Panzerzug macht doch keine Anstalten. Mal nach vorne zu fahren. Mal ein bisschen, wenigstens. Ja, da kann ich hoch aussteigen. Das, äh, tut mir leid, echt. Äh, dann nehmen sie jetzt A und noch eins. Ist doch toll. Und ist das hier ein gegnerischer Panzer? Oder wie sehe ich das hier? Ja. Mann. Wo kommt er denn? Das Ziel, doch. Mann, habt ihr den da nicht? Wiederbelebung. Mann, er brennt ja immer noch. Hast du's? Oh Gott. Armbrustwerfer? Ach, das ist ja diese neue Waffe, wa? Ach, komm. Oh, jetzt kann der mich da nicht wiederbeleben, oder was? Springen über den Zaun rüber. Nein, jetzt schaffe ich keine Muni mehr. Das ist so krass, ey. Die kommen jetzt hier schon reingerannt, alle, ey. Oh, Mann, ey. Na ja, gut. Haben wir bald überstanden, Robert. Kümmer dich nicht mehr um die Flaggen. Guck einfach, dass du nicht mehr drauf gehst, sondern nicht mehr so oft und einfach nur ein Paket machst. Sechs Leute weniger, krass. Da Nase. Füfti, 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 füfti. Boah, boah. Aber die Sand ist können aber auch mal wiederbeleben, jetzt hier. Den Meter. Ey, der steht genau auf mir drauf, quasi. Nicht in der Lage dazu. Deiner Typ. Mann, wer ist denn das? Was willst du denn hier? Wollt der Spasti? Welcher Idiot? Ja, wer ist denn hier? Die werden uns mich, ey. Oh, Robert, runter, runter, runter. Da ist ein Fahrzeug. Ja, den mach ich fertig. Da ist ein Panzer. Den mach ich fertig. Da springe ich hier rüber. Zack. Und ran gebabbt. So. Tot. Jawohl. Ja, voll geil. Yeah. Richtig geil. Sehr gut. Ding schnell. Yeah. Yeah. So, und jetzt können wir hier, wir sehen uns nicht, ich stehe. Oh Gott. Sehr schön. Und fall, das war meine eigene Granatik, dachte ich, durchs Fenster. Na super, genau in dem Fenster, Rami-Feuer, ey. Geil, voll der Robert. Ja. Ich war mal richtig schön auf den Sack gekriegt, ich meine. Grün. Feind getroffen, 64. Oh, kann man nicht. Das nervt ja schon wieder. Oh, jetzt sind wir nur noch 2-Win. Jetzt werden wir aufgefüllt zum Ende hin. Geil. Zeitbar. Jetzt, ja, jetzt, ja, super. 28, 29, jetzt so auf einmal. Bringt's natürlich. Na ja. Fake, würde ich mal sagen. Eine Fake-Runde. Eine Fake-Runde, ja. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm Tschüssi. Und Ben Utz mich. Utzig. Ben Utzig. Utzig. In Bäde. Genau. Bis gleich.